Und kommt zu einem neuen Video auf dem Kanal Leute, ich habe jetzt die Ansage nochmal nachproduziert sozusagen, weil es tut mir leid, in den ersten paar Minuten oder Sekunden ist irgendwie mein Aufnahmeprogramm ein bisschen rumgespackt, aber das sehe ich jetzt gerade erst bei der Bearbeitung. Aber danach spackt die Aufnahme, also die Audioaufnahme des Videos eigentlich nicht mehr. Ich werde das Video jetzt nicht so sensationell kannten, eigentlich nicht wirklich, nur am Ende nochmal ganz kurz, weil ich gerade nicht so die Zeit habe und ja, tut mir leid, es ist gerade nochmal ganz kurz am Anfang, es ist eine Challenge und endlich mal wieder nach ein paar Tagen und jetzt ist auch wieder die Audioaufnahme dann also. Dazu dann aber nochmal mehr. Das, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, dass heute eine Challenge ist. Und zwar ist die Challenge pro Tod, also hier, müssen wir die Secret Settings umstellen. Die meisten von euch wissen, dass sie kennen oder wissen, was das ist. Und zwar bin ich jetzt schon das erste Mal gestorben, was ein bisschen blöd ist, weil da können schon ganz schön wiese Sachen rauskommen. Und zwar, wenn ich jetzt hier auf Options gehe, steht hier Super Secret Settings. Da klicken wir drauf. So, dann sieht es anders aus. Und das ist jetzt noch nicht wirklich schlimm. Es gibt Sachen, die sind schon ein bisschen blöd. Hatte ich mal geguckt am Anfang, ob es da auch ein bisschen schwieriger wird dann. Und da war einmal alles ganz verschwommen und es stand alles auf dem Kopf. Und wenn das halt wäre, wäre schon ganz schön mies für mich auch. Also, so ist jetzt hier noch ganz okay. Nein. Nein. Oh. Ja. Okay. Neues Super Secret Settings. So, was meine ich jetzt? Das ist halt schon ein bisschen gemein. Oder krass okay. Kann man ja schon eher fast sagen. Weil man sieht halt wirklich einfach nichts. Kann sein, dass ihr noch weniger seht als ich. Aber... Ja. Und auch auf jeden Fall... Oh, da kommen welche. Da sind welche. Da sind welche. Und auf einen Riesen-Dank an... Fuck it. Ein Riesen-Dank an alle 100 fucking Abonnenten. Also, wirklich. Da kommt aber auch nochmal dann ein Abo-Special. Eigentlich. Und, ähm... Also, da macht euch keine Sorgen. Da wird auch eigentlich noch was kommen. Ich baue mal das Bett noch hier so einen Tick ein. Außer das hier. Ist schon ein bisschen kacke. Hier alles so in schwarz. Man sieht nicht wirklich viel. Deshalb hoffe ich, dass ich jetzt wirklich mal sterbe. Also, ich darf jetzt auch nicht extra so in den Tod springen oder so. Sondern ich muss mich schon... ...töten lassen. Oder... So wie beim Bauen dann auch so wieder unterfallen. Und, ähm... Ja. So. Also, wie gesagt, zu den Sachen mit der... So, so... Infos, wann wieder Videos kommen und so... ...wird dann auch noch kommen. Dafür habe ich bloß jetzt im Moment nicht so die Zeit. Oh mein Gott. Was ein Fail. Okay. Das meine ich halt. Jetzt ist alles mega verschwommen. Oh, nee. Oh. Aber ist schon noch wieder cooler, so mit Farben zu spielen. Aber, oh. Leute, ey. Also, an alle, die gerade zugucken, ne. Das, was ihr jetzt hier so abfackenmäßig seht, ne. Das ist nicht eure Grafik im Video. Also, keine Sorge. Das ist jetzt hier im Spiel. Oh. Ich habe gar nicht erkannt, dass es ein Gegner war, ey. Fuck. Ich hoffe, ich sterbe jetzt gleich. Ich sehe gar nicht. Ich sehe fast null, Alter. Das müsst ihr mal selber... Oh. Selber testen. Haben die eigentlich noch ein Bett? Team grün? Nee. Oh. Okay. Nein. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte. Oh. Nice. Es ist... Okay. Schwarz-Weiß ist ja eigentlich noch voll cool. Eigentlich so wie in einem Kino-Film. von früher. So wie man es noch kennt. Oh no. 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 Kommt. Kloppt auf ihn ein. Oh, gut. Ich dachte schon, ich sterbe wieder. Irgendwann kommt auch wieder das Stinknormale zurück. Da muss ich... Kann ich das auch nochmal lassen, bis ich dann wieder sterbe. Und wenn ihr mehr von solchen Challenges was haben oder sehen wollt, schreibt das gerne unten in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall mega interessieren. Ich stehe gleich nicht so fast die Sequels um. Nein. Nice. Okay. Sofort umschläft. Ohrnähne. Oh fuck. Fuck off. Ich sehe gerade gar nichts. Dega. Scheiße, Mann. Nice. Mist. Hätte der mich nicht töten können. Shit. Vor allem die kommen jetzt richtig schnell und richtig oft. Wenn man nichts sieht. Oh fuck. Ich sehe nicht, wer der Gegner ist. Wo ist der Gegner? Das ist der Gegner. Okay. Ich würde auch gerne was sehen. Mann. Fuck, Alter. Shit. Kommt mir wieder einer. Hä? Was? Okay. Boah, die ganze Zeit schlagen. Was? Okay, shit. Okay, jetzt ist es verschwommen. Oh nee. Fuck. Warum kriege ich nur so eine Scheiße hier? Nein, shit. Oh mein Gott. Shit. Wir stehen unter LSG, Leute. Wir stehen unter LSG. Fuck. Was ist das? Was ist das? Ist das wirklich? Wir müssen unter lachen. Oh oh. Nein, 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 nein. Na komm, opfer dich, opfer dich, opfer dich, opfer dich. Ok, wir müssen jetzt nochmal umstellen, so und mit dem müssen wir, oh, ok, gut, dann würde ich meinen, dass das nicht so einfach ist mit den Dingern und dann, ok, nice, auf jeden Fall, keksiges, oh mein Gott, das ist alles losgeschrieben, keksiges, keksi, ges, ges, gg, so, gut, lol, lol, das ist jetzt dieses, oh, ok, gut, dann würde ich meinen, dass wir uns gleich in der nächsten Runde wiedersehen und dann, bis gleich. So, Leute, da sind wir jetzt auf der nächsten Map, auch in der zweiten Runde, ist komisch, dass jetzt hier so ein bisschen alles anders ist, deshalb, so, weil eigentlich wollte ich mit den Einstellungen weiterspielen, aber das ist irgendwie weggegangen, ok, wir spielen einfach jetzt nochmal mit denen, ist ja auch leicht verschwommen, mhm, ok, also wie gesagt, falls ihr mehr von solchen Challenges was, also, spielen sehen wollt, dann schreibt gerne unten Challenges in die Kommentare und lasst doch gerne ein, ähm, Like da, damit ich weiß, dass es euch gefallen hat, ähm, ja. Ich fasse eigentlich lieber nicht, aber ok, so, oh mein Gott, oh ne, ich hätte nicht, oh mein Gott, ähm, ja, ok, shit. Ich freue mich, wenn ich wieder normal Minecraft spielen kann. Also, wirklich. Und wie gesagt, wegen dem 100-Abo-Special, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Da wollte ich eigentlich einen Server machen, aber das hat leider noch nicht so ganz funktioniert. Oh, fuck. Shit. Mist. Ok. Was? Digga, scheiße, Mann. Was ist das? Ui. Hä? LOL. LOL, jetzt ist es weg. LOL. LOL, ich kann einfach in die F50 gehen, dann ist es weg. LOL, was ist das für ein Bug. Alles klar. Ich weiß nicht auch mal Bescheid. Ok, aber das ist jetzt nicht so extrem wie das davor. Und ich wette, vielleicht kommt wieder irgendwas. Ok, wir sind nicht so gut. Das heißt, er ist nicht bei uns. Und das heißt, wir müssen jetzt verteidigen und ich gehe lieber mal hier hin, weil ich der einzige Mitglied bin. Ok. What the fuck? Ok, wir ändern nochmal. Ist wieder normal. Ok, das ist, das ist jetzt wirklich schon hart. Das ist jetzt wirklich hart, wenn wir kein Wett mehr haben. Das, alter Scheiße, ne? Slack, jetzt mega hart, Gott. Wir regen auf. Oh, shit. Kein Fallschirm. Nein. Oh, Mist. Ok. Gut. Das Start. Euch hat das Video gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da. Und, ähm, vielen Dank auf jeden Fall an die 100 Unenden. Und, wie gesagt, das Abo wäre das Special. Gut, dann bald Gurmin. Und wenn ihr mehr von solchen Challenges nehmen wollt, zum Beispiel in der F50 oder mit einer Maske. Oder Kaugummi nach jedem Tod in den Mund nehmen und das dann, wie es jetzt ganz schön filmen ist. Ähm, und, ja. Dann würde ich meinen, schreibt sowas gerne in die Kommentare, wenn ihr mehr sehen wollt und lasst ein Läppchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein und ciao.